Hallo, hier nochmal Ihr Kerngedau-Studio für Instandsetzung eigene. Wenn das 13 Zeichenwort für den Rückenstrecker und den Bauchstrecker besteht und gut eingetrainiert ist, dann kann man, außer den Namen, die Sätze immer ändern. Und das soll dann bei der Bauch- und der Rückenstrecker in der richtigen Reihenfolge zum Rücken nach oben und zum Bauch nach unten gebildet ist. So eine Art erweiterte Atemfähigkeit für die Eingeweide und für Haut- und Knochenbilden. So eine Art erweiterte Atemfähigkeit für die Eingeweide und den Bauch- und Knochenbilden. So eine Art erweiterte Atemfähigkeit für die Eingeweide und den Bauch- und Knochenbilden. So eine Art erweiterte Atemfähigkeit für die Eingeweide und den Bauch- und Knochenbilden.